hallo liebe andrea ich möchte dir auf diesem wege ganz ganz herzlich danken für fünf monate innerhieler ausbildung und möchte dir ein kurzes update geben wie mir es jetzt geht letztes jahr im august 23 hatte ich die ausbildung gebucht bei dir mit ganz vielen fragen im gepäck ich wusste gar nicht was mich erwartet ich war gespannt ich war neugierig ich hatte dich auf facebook gefunden und du hast mich total angesprochen mit deiner netten art mit einer natürlichen art es ist so schön dir zuzuhören als ich dann die werkzeuge gelernt habe vom innerhieler wusste ich erst was ich da für einen schatz gebucht hatte die räume die du uns gezeigt hast diese spirituellen räume diese energetischen räume die du eröffnet hast in denen ich mich so so wohl fühle wo sich mein wesen wiedergefunden hat wo mein wesen wachsen konnte mein seelenplan ein stück weiter gegangen ist das verständnis dafür wo will ich eigentlich hin was möchte ich mit meinen gelernten wissen anstellen es ist so toll zu spüren wie alles so leicht sein kann wenn man die richtigen fragen stellt wenn man sich immer wieder bewusst wird wie es eigentlich mit leichtigkeit geht ja es ist immer wieder ein zurückkommen und neue fragen stellen damit zu arbeiten und schubs die wupps die selbstheilung ist eingetreten bei mir mein long covid ist in dieser zeit der ausbildung komplett weg gegangen dank auch der lieben ange die mir ein ganz tolles energiefeld eröffnet hat was ich immer wieder anzapfen konnte das verständnis dafür es ist so 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 schön ich danke euch für all das was ihr für die welt für die menschen für die wesen für die seelen tut und ich werde es in meinem tun in meinem sein weiterleiten und wer weiß wir sehen uns bestimmt wieder alles liebe und vielen dank